Manche Kollegen haben Angst vor diesen Schlagzeilen. Teams trifft es meistens gar nicht. Dennoch sollte man bei Teams ein paar Sachen beachten. Wenn das jetzt hier mein Klassenteam ist, sollte ich mal nachschauen, wer überhaupt drin ist. Also auf diese drei Punkte klicken und dann das Zahnradteam verwalten und einfach mal nachschauen, ob die Mitglieder, die 20 Leute in dem Kurs, auch die sind, die es sein sollen. Und als nächstes auf Einstellungen gehen, weil vielleicht habe ich die vor einem halben Jahr mal per Code eingeladen und schauen, ob der Code noch drin ist. Also Einstellung, dann Code und wenn hier XYZ so ein Code ist, dann soll man den löschen. Weil jeder mit dem Code kommt ja rein in das Team und kann an den Videokonferenzen teilnehmen. Gut, wenn man das gemacht hat, kann man dann also wieder zurück und dann hier oben dann auf so eine Videokonferenz starten. So, bei der Konferenz hier, also erstmal auf diese Menschen klicken und dann gibt es hier wieder drei Punkte und dann auf die Berechtigung verwalten. Und da gibt es auch so ein paar Optionen. Ich empfehle total, also jetzt nicht, wer kann präsentieren, jeder kann präsentieren, weil genau dann schalten sich die Schüler gegenseitig schon. Hier draufklicken und klicken auf, normalerweise nur ich darf präsentieren. Wenn ich in einer schwierigen Klasse ein Schüler ein Referat halten lasse, könnte ich im Vorfeld diesem Schüler bestimmte Rechte geben und alle anderen dürfen nichts machen. In der Oberstufe ist das ja meistens egal. Es gäbe auch den Wartebereich, dann kann ich jeden Einzelnen reinlassen. Das muss eigentlich bei Teams nichts sein, weil ja eh nur die 30 Schüler, die in der Klasse sind, da teilnehmen können und dann können die auch rein. Das ist, wenn ich in einem Riesenteam von 100 Leuten nur 5 dabei haben möchte, dann wäre der Wartebereich genau das, was ich hier brauche. So, ich und viele andere arbeiten immer mit zwei Geräten. Und an einem Gerät drückt man auf dieses Symbol, sodass man die Leute sieht, die da dabei sind. Dann sieht man, wer hat das Mikro stumm geschaltet und wer quatscht gerade, macht gerade Blödsinn. Und auch, wer hebt gerade die Hand, sieht man immer. Also immer auf einem Bildschirm sehen, was passiert, was ist mit den Leuten los. Und am anderen Bildschirm mache ich meinen Unterricht per Tablet und Stift. Die Besprechungen, also man kann auf jetzt besprechen, eleganter ist es auf besprechen zu planen, zu machen. Und dann kann man auch, wenn man eine Besprechung plant, muss man dieses nur ich kann präsentieren einklicken. Also besprechen und planen, klicken. Dann eben die Besprechung planen, so irgendwelche, wann ist es und wie lange dauert es und so. Also Zeug ist alles selbsterklärend. Und wenn ich sie dann geplant habe, kann ich später hier unter zum Beispiel, unter Kalender kann ich die wieder finden. Muss also erst planen, senden, dann draufklicken. Und wenn ich das zweite Mal draufklicke, dann gibt es diese drei Punkte, Besprechungsoptionen. Und dort kann ich wieder genau wie vorher anklicken, nur ich darf präsentieren und bestimmte Schüler dürfen präsentieren und so weiter. Das kann ich eben dann so in Ruhe im Vorfeld machen. Und kann die auch wöchentlich anlegen. Ja, genau. Also so klassische Beleidigungen, dann muss man mit allen Schülern reden, dass sie wissen, wie ein Screenshot funktioniert. Ja, und damit kann man eigentlich ganz gut dagegen arbeiten. Also bei uns ist das Teams mit vollem Namen. Das ist halt ein bisschen problematischer vom Datenschutz und sehr viel besser vom Jugendschutz. Also diese beiden Dinge, da muss man halt überlegen, was ist einem wichtiger. Weil die Hemmschwelle, jemanden zu beleidigen, wenn man da mit vollem Namen in der Schul-Cloud unterwegs ist, ist eben sehr, sehr hoch. Und wenn es wirklich einer macht, Screenshot, dann wissen wir, wer es war. Und dann geht es doch noch an. Und dann schlägt es mir wieder, wenn du das Schmaler hier aufgehängt. Und dann stetsst du den Schmaler hier aufgehängt,